Einen wunderschönen guten Morgen zu den Amma News am 7. Dezember und eine Frage zum Start. Wer will, kann ja mal sich dazu äußern, entweder hier im Video oder auch gerne in der Facebook-Gruppe von Kelmst, kleines Amazon. Wir haben den 7. Dezember und ich muss sagen, vom 1. bis 6. Dezember ist doch das Umsatzwachstum gegen den Vorjahr deutlich höher als erwartet. Habt ihr das auch? Kommen die ganzen normalen, ich kaufe die Geschenke eigentlich im Ladenshopper jetzt wirklich so deutlich rein in den Markt Amazon? Ja, und dann lasst uns in die Woche starten. Richtig, richtig spannend geht es los, meiner Meinung nach. Und zwar haben wir bei Amazon Watch Blog die Gerichtsurteile vom BGH gehabt. Google Ads von Amazon sind keine unzulässigen Log-Angebote. Wer nicht weiß, um was es geht, gibt es so einen alten Ortlieb-Fall. Amazon darf nicht Werbung auf Ortlieb schalten und dann Produktsuchergebnisse ohne Ortlieb anzeigen, wenn man von extern kommt, weil Amazon dann Werbung macht mit Google Ads auf die Markennamen. Und bei Vorwerk sieht es genauso aus, nur haben wir dort einen anderen Sachverhalt, weil dann Suchergebnisse von Drittanbietern dargestellt werden. Und damit ist es keine Markenrechtsverletzung. Spannend ist halt hier der Unterschied zu dem Ortlieb-Fall, weil hier keine anderen Produkte angezeigt werden. Das Verfahren wird jedoch wieder an das vorausgegangene Gericht verwiesen. Dort muss jetzt genau entschieden werden, ob das alles so den Gesamtrichtlinien entspricht. Nicht auch im Sinne der Werbung, sondern rein die rechtlichen Anforderungen mit der Kompatibilität zu Behörprodukt und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannend. Ja, dann mal zur Kuriosität des Tages oder der Woche. Ich hatte ein paar Sachen versucht und hatte mich, glaube ich, vertippt. Ich weiß nicht, wer es kennt, wer ein Multi-Brands hat in seinem Store bei Headline Search Ads, sieht dann natürlich die eigenen Stores alle. Und ich hatte gesucht und fand dann plötzlich so, mich vertippert und habe dann andere gesehen. Dachte so, was ist denn jetzt los? Und ihr seht hier, dass ich mit der Eingabe von Puma einfach mal die Marke Care-of-By-Puma, die Amazon-Only-Marke, aber auch Puma selbst finde. Und you can search for a store on Amazon that is not associated with your account. Und da habe ich gedacht, na, da machen wir doch uns mal was draus. Da gucken wir, ob wir da auch eine Thematik draus machen können für Optimierung und ähnliches. Und ich fand es halt spannend, habe einfach mal eingegeben, ein paar Marken, habe mir noch mehr angeguckt, Lego, Bosch, überhaupt überall, um mal zu gucken, wie so die tiefen Dynamik der Seiten ist bei den unterschiedlichen Firmen. Und dann, wenn man das auswählt, kommt man in die Unternavigation und kann sich direkt dieses ganze Navigationskonstrukt angucken, wie das aufgebaut ist. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, kann ich doch aber eh klick auf die Marke, geh in den Store, guck mir alles an. Ja, richtig, aber in so einer Übersichtlichkeit findest du es dann halt nicht. Also richtig genial. Und das Schöne ist, wenn du dir dann die Unterseiten angucken willst, so ein Ankerkraut macht gerade einen Adventskalender, das fand ich hochinteressant, gehst du einfach auf Choose a Store, Ankerkraut, Choose a Page, Adventskalender, Preview und kannst es dir direkt live angucken. Musst also nicht mehr suchen. Und mit den tiefen Dynamiken kannst du natürlich für deinen Bereich gucken, sind die eher breit aufgestellt, riesengroße Shops, eher wenig Seiten, wie sind die Unterverlinkungen aufgebaut. Das fand ich richtig, richtig interessant. Und da kann man wohl noch ein, zwei, drei Ideen für die eigenen Bereiche mitnehmen und sich schnell und einfach mal die Wettbewerber angucken. Das Einzige, was ihr dafür können müsst, ist den Markennamen der jeweiligen Wettbewerber. Und die kriegt ihr natürlich am schnellsten raus, wenn ihr in eine Produktausrichtungs-Ad geht, was ja bei den Headline Search Ads, Sponsored Brands direkt geht. Und geht dann in eure Kategorie, Verfeinern, Marke und dann findet ihr alle gängigen Markennamen und könnt das oben eingeben. Ganz spannende Geschichte, meiner Meinung nach. Ja, dann bin ich mal wieder über negative Keywords gestolpert, musste die jetzt mal wieder in einem Account anlegen. Hier geht es um Schmuck. Und obwohl ich relativ sauber exakt angegeben hatte und auch nur die Phrase eigentlich setzen wollte, sowas wie Goldarmband, Edelstallarmband, Silberarmband, kommt dann natürlich Herren mit rein, habe ich komplett vergessen. Natürlich totale Miss-Impressions, obwohl wir das Wort überhaupt nicht hinterlegt haben, entsteht trotzdem eine gewisse Relevanz. Das ist ja immer so das Problem, ab einer gewissen Verteilung und Silberarmband, Herren sind halt zwei von drei und dann kannst du schon Relevanz entwickeln. Hier nochmal dann direkt Herren als negativ gesetzt in Autokampagnen, in Keyword-Kampagnen mit Phrase. Habt das auf dem Schirm, das sind echte negative Keywords. Hier reden wir nicht von performance-orientierten negativen Keywords, die wir dann noch in der Extrakampagne laufen lassen würden, sondern hier wirklich weg damit. Ja, dann das Thema Varianten. Die meisten kriegen es eh nicht mit Auto. Automatisch hat Amazon die Hard Variations jetzt auch benachteiligt. Auch diese kriegen in einer ungefilterten Suchergebnisseite nur noch einen organischen Slot. Ja, und da habe ich euch hier mal ein Beispiel zusammengebaut. Wir sehen hier einen roten Mülleimer, Platz 1, 2, 3 und 4, so wie immer unter dem Keyword Mülleimer. Dann die einzelnen Produkte einer solchen Parent-Asen- und Asen-Varianten-Familie haben eine gewisse Verteilung, 3 sehr gut, der Rest ist quasi im nicht sichtbaren Bereich. Insgesamt haben wir 33 Listings in 4 Varianten. Und warum rege ich mich da immer wieder drüber auf? Nun, es ist halt so, dass diese 33 Listings in 4 Varianten sich genau 4 Suchergebnisse aufteilen. Ja, und wir arbeiten an einem neuen Überwachungstool, was sowas mal einfach deutlich und hart darstellt. Und die meisten verstehen gar nicht, wo da die Probleme überall entstehen. Deswegen mache ich es diesmal ganz einfach so richtig in your face. Ich glaube, das war letzte Woche Donnerstag. Genau ein Suchergebnis dieses Plura-Armbandes. Und dann haben wir das Parent aufgelöst. Und schon haben wir drei Werbeslots. Wir haben auch drei organische Slots, das kommt natürlich noch hinzu. Aber wir haben drei Werbeslots. Wir haben hier die Unterschiede Rosé, Silber und Gold. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das im Bild erkennt oder nicht. Aber denkt mal an die 33 Mülleimer, die sich hinter vier Listings verstecken. Oder wenn wir noch komplexer denken im Bereich Fashion. Wenn dann ein rotes T-Shirt in sechs Größen. Das ist ja okay. Aber wenn man draufklickt und da sind noch 34 Farben und andere Motive, andere Sprüche und so weiter. Ihr versteckt massiv eure Listings. Ja, und im gleichen Moment ist mir was Kurioses aufgefallen. Normalerweise läuft das bei mir sehr parallel. Kann jetzt natürlich sein, ich habe die falschen Keywords ausgewählt. Was ich, naja, eher nicht denke. Kann trotzdem sein. Aber Sponsored Ads ziehen das organische Ranking nicht mehr so hoch wie sonst. Ich bleibe da natürlich dran, weil wir sind natürlich gerade in einer harten Saisonalität. Wo das noch mit einhergeht und berücksichtigt werden muss. Aber mit Werbung war ich sofort auf 1, Seite 1, Platz 1 bis 3 ohne Probleme. Aber das organische Ranking zieht überhaupt nicht nach. Auch die breiten, gekauften Ads in allen Kategoriebereichen ziehen keine organische Sichtbarkeit hinter sich her. So wie das früher war. Früher war das wirklich, das war so trivial. Du bist in der Woche einfach überall hochgeschossen. Ich halte euch auf dem Laufenden dazu. Tja, dann war wieder meine Lieblingsmarke. Ich war Black Friday im Laden shoppen, einfach um ein Gefühl da einfach mal zu bekommen, was da los ist. Es war proppenvoll. Es war, als würde es keine Krise aktuell geben oder keine Hygieneeinschränkungen. Ihr habt ja gemerkt, einiges wurde dicht gemacht. Und jetzt stehe ich im Laden und war völlig perplex mit meinen Jungs. Warum ist das Minecraft-Bienenset schon live? Gekauft haben wir es dann nicht. Aber ich war jetzt mal total geschockt. Die durften eigentlich erst eine Woche später im Laden stehen. Und kurios dann, Amazon selbst als Vendor hing dran. Nicht mit Lego, weil es war ein eigenständiges anderes Listing. Gibt es immer Doppellistings bei Amazon. Die Händler hingen schon überall dran. Und Amazon selbst, das Kernlisting von Lego als Vendor, sieht so aus wie links. Coming soon. Hoch spannende Geschichte. Unabhängig davon, dass die Bilder verboten sind, also komplett verboten sind, war es auch echt kurios, dass irgendwelche anderen Großhändler schon Listings angelegt hatten, schon Verkäufe auch erzielten. Und deutlich vor Marktstart das ganze Ding schon live war. Das war echt krass. Hier nochmal zu den Bildrichtlinien. Bilder müssen das Produkt korrekt darstellen und dürfen nur das Produkt zeigen, das verkauft wird. Ich würde die Box ja kaufen, alleine weil sie cool ist. Aber naja. Das Produkt und alle seine Funktionen müssen deutlich sichtbar sein. Haben wir hier auch nicht. Hauptbilder müssen professionelle Fotografien des tatsächlichen Produktes sein. Platzhalter sind nicht zulässig. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ist auch eine große Marke. Hat halt einen gewissen Impact. Aber ich finde es trotzdem nicht gut. Ja, dann bin ich mal wieder ganz, ganz tief unterwegs bei eBay Kleinanzeigen. Ist ja für mich der Marktplatz Nummer 1 als Hobby durch die Pokémon-Karten und durch Lego. Und ich habe einfach mal ein bisschen rumgespielt und geguckt, weil ich da ja auch optimiere. Und da muss man ja ganz anders optimieren, wer das nicht weiß. Das ist hochgradig spannend. Und habe dann ganz unten gesehen, Mensch, die Worte kommen ja mit rein. Und kann nur jedem empfehlen, lernt die Sprache der Straße. Geht da mal rein. Das ist so ein zusätzliches Highlight, um Synonyme zu finden. Finde ich richtig gut. Auch wie die Leute die Produkte einsetzen. Ihr seht, der Fernseher ist hier mit dabei. Und kann ich nur empfehlen, als Erweiterung der Synonymsuche einfach mal eBay Kleinanzeigen. Ja, dann jetzt eine längere Geschichte. Wirklich hochspannendes Thema in Summe. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe mal wieder ein bisschen getestet und habe aus Versehen einen Fremdmarkennamen mit reingenommen. Wirklich aus Versehen. Der Kelm hat einfach nicht aufgepasst. Und bei über 2000 Bytes, die ich genutzt habe, kann das mal passieren. Nein, es darf nicht passieren. Es ist aber passiert. Wir haben sofort eine Warnmeldung bekommen. Amazon ist da echt richtig gut. Je nachdem, wie die Verstoßtiefe ist und welche Marke man hinterlegt, kriegst du sofort eine Info. Es gibt sogar über die API Uploads sofort Meldungen, was man falsch macht. Aber war halt einfach im Seller Central. Info bekommen, versucht rauszunehmen. Ging nicht. Hochspannendes Thema. Über eine Woche lang haben wir versucht, mit einem Support das irgendwie alles zu lösen. Und wir wollten natürlich eine saubere Inhalte hinterlegen. Wir durften nicht, weil das Listing war gesperrt wegen Markenverstößen. Wir wollten die Markenverstöße beheben. Durften das aber nicht, weil das Listing gesperrt ist wegen Markenverstößen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Humbug war. Wir haben dann einen Trick gefunden. Wir haben die Listings aufgemacht. Wir haben einen Fehler erzeugt, der nicht dort war, wo der Fehler war. Und haben den Fehler dann geändert. Und erst dann die neue Beschreibungsdaten und so weiter hochgeladen und gespeichert. Denn dann kriegst du ein Komplett Refresh. War hochspannend, das zu machen. Waren wir safe, waren wir raus. Und dann standen da wieder Meldungen drin. Und plötzlich im Ausland. Überall die Fehler. Überall. Jetzt hat Amazon, obwohl es ausgeschaltet ist, automatische Übersetzungen angelegt, genau von dem Zeitraum, wo ich diesen Fehler eingespielt hatte. Jetzt hatten wir also europaweit Markenrechtsverstöße. Ich habe mich wirklich, also innerlich habe ich mich weggehauen vor Lachen. Und jetzt wissen wir natürlich überhaupt nicht, wie wir diesen Übersetzungs-Service wieder anstoßen können. Mit dem Support und hin und her. Ihr könnt euch vorstellen, was da für ein Hackmack entsteht. Wir haben dann einfach die Asins gelöscht. 24 Stunden gewartet, neu hochgeladen, fertig. Aber ärgerlich. Jetzt stehen die Meldungen immer noch da. Sonstige Verstöße gegen Richtlinien. Auch Warnung bei Verstößen gegen Richtlinien. Wir haben eine Verwarnung bekommen wegen den Kundenrezensionen unten 23.07. Da haben wir nur eine Verwarnung bekommen. Also eine Warnung ohne irgendwelche anderen Themen. Wir wissen auch nicht, wie und warum. Und die sonstigen Verstöße waren die Magenrechtsverstöße. Und ich habe gesagt, wir müssen das wegbekommen. Naja, ewig versucht, Fälle aufgemacht. 13 verschiedene Fälle, immer Einzelfälle natürlich. Wir haben auch für jeden Fall fast schon andere Antworten bekommen. Aber dadurch haben wir sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe eine ganze Liste von diesen Informationen. Das war richtig schön. Die Kerninfo ist, das ist nicht schlimm. Denn diese Daten sind alte Daten und werden 180 Tage einfach als verbleibend gemerkt. Und sind dann weg. Automatisch entfernt. Und wichtig, es wird nicht in die Kontointegrität mit reingerechnet. Das wusste ich nicht, weil der Gefährdet-Status bleibt halt dann trotzdem da. Wir verlassen uns jetzt mal da auf Amazon, dass das alles klappt. Okay, so viel zum täglichen Wahnsinn. Dann eine uralte Funktion. Die gibt es ja schon seit hunderten, tausenden Jahren, seitdem es Amazon gibt. Hat irgendwie in den Gruppen ein bisschen für Aufregung gesorgt. Das ist ein ganz normaler Standard. Möchten Sie über einen günstigeren Preis informieren? Denn das gibt es schon immer. Darunter war ja früher sogar noch, wollen Sie uns mit anderen Informationen versorgen? Da konntest du ja einfach als normaler Kunde kompletten Content schreiben. Titeländerung, Bildänderung, Bullet-Point-Änderung. Hast du hochgeladen, musstest nur einen Verifizierungslink hinterlegen, wie eine Produktseite vom Hersteller oder andere Datenquellen. Und dann wurde hier einfach die Listings überschrieben. So haben wir früher auch mal ganze Marken optimiert. Und ja, klickst halt drauf und gibst einen neuen Preis an. Du meldest einfach noch, nur, dass er günstiger war. Schreibst ihn wo. Und das war's. Also das ist überhaupt nichts, wo man Angst vor haben muss. Viel cooler zum Ende hin, wer jetzt noch zuhört. Jetzt wird es erst interessant. Ich habe eine schöne Erneuerung erwischt in den USA. Ist sie auch aufgeploppt. Und ich hatte Sachen angelegt und plötzlich ploppte das auf. Habe zwei Accounts aber genommen, weil bei dem einen hatte ich nur auf- und absteigend nach Datum hinzugefügt. Das ist nicht so cool. Viel cooler fand ich bereit für Werbung. Und genau, ihr seht es am Screenshot, so war es bei mir. Newest and oldest first. Dann bereit für Werbung. Es ist Advertising Readiness. Das kennt man von Amazon. Das ist richtig cool. Ihre werbefähigen Produkte anzeigen. Ein Machine Learning Modell sagt euch, was ihr bewerben sollt. Ist mittlerweile sogar so krass, dass ihr automatisch Werbekampagnen anlegen könnt in den USA schon. Richtig heftig. Und jetzt wird es spannend. Wir verwenden Modelle für maschinelles Lernen bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der jedes Produkt das Interesse der Käufer durch Werbung wecken wird. Bei der Entscheidung, ob sich ein Produkt für Werbung eignet, werden verschiedene Faktoren analysiert. Machine Learning. Einschließlich des Status als hervorgehobenes Produkt, der Produktverfügbarkeit und der Qualität der Produktdetailseiten. Und das ist ein Thema, was Amazon schon immer durchgezogen hat, wer das nicht weiß. Qualität der Produktdetailseite ist Hygienefaktor Nummer 1. Und das war richtig spannend und ich dachte so, wow, cool. Und hier muss man aufpassen, Interesse der Käufer durch Werbung wecken ist Klick, Klickaffinität, Klickrate. Das ist das Geld, um was es Amazon geht und die Klickwahrscheinlichkeit. Und dann kannst du es aufmachen und dir durchgucken. Welche Faktoren das Machine Learning berücksichtigt? Überzeugender Titel, nicht länger als 60 Zeichen. Amazon wird irgendwann mal diesen großen Schachzug durchziehen mit 130 oder weniger. Aber da reden wir schon seit über zwei Jahren von. Ist kein Problem, aber könnte passieren. Verwenden Sie vier Bilder. Zoomba. Das heißt, könnt ihr einfach abzählen. Vier Bilder, Zoomba. Hier ist das Problem, wir wissen nicht Main Picture plus vier oder einfach vier, weil die alten Regeln waren fünf Bilder in Summe. Aber kann man ja auch sich bauen. Fügen Sie mindestens drei Aufzählungspunkte zu. Das ist aus den alten Vendor Upload Sheets geschuldet. Dort sind nur immer noch drei Pflicht. Der Rest ist freiwillig. Dann Produktbeschreibung. Das eine da ist. Hier muss man aufpassen, als Seller hat man ja keine, wenn man EBC macht. Also das Machine Learning ist wirklich sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Und verwenden Sie wichtige Keywords auf Ihrer Produktdetailseite. Das ist ganz normal, um die Relevanz für die Ausspielung, für Werbung zu erhalten. Müssen Sie sicherstellen, dass die Worte, auf die Sie Werbung schalten, in den Produktdetailseiten enthalten sind. Das ist nichts Neues. Und bieten Sie einen angemessenen Preis an. Also irgendwie bewerten die euren Preis. Machine Learning kann den Preis am Ende ziehen, kann ihn in irgendwelchen Vergleichs stellen. Und das kann interessant sein. Lagerfähigkeit, klar, muss vorhanden sein. Und erweitern Sie Produktdetailseite mit A+, EBC als Seller, EMC, Enhanced Marketing Content als Vendor. Das wird so in die Werbeberücksichtigung einfließen. Finde ich sehr, sehr gut, weil es sind ganz klare Informationen von Amazon. Tja, und was gibt es noch? Tja, man sollte mal darüber nachdenken, das neue Verwalten Sie Marke zu Produktzuordnung zu benutzen. Richtig cool, meiner Meinung nach besonders interessant für Reseller, aber auch für die Vendoren. Und das macht nämlich richtig Sinn, weil es wirkt sich direkt auf aktuelle und zukünftige Kampagnen aus. Und das ist genial. So fügen Sie Ihrer Marke Produkte hinzu. Gehen Sie in Zugriff und Einstellung, klicken Sie auf Marke. Und dann kannst du da in mehreren Packs die Asins hochladen. Das ist direkt im Bereich Advertising und kannst natürlich auch in Fern hinzufügen. Es ist links in dem Bereich der Admin-Accounts wichtig, der Admin-Accounts des Werbe-Accounts. Und dann habt ihr da den Bereich Zugriffe und Einstellungen. Könnt dann eure Marken eingeben oder anfragen. Das muss auch manchmal upgedatet werden. Ist aus dem Bereich DSP schon seit drei Monaten mittlerweile live. Und das ist wirklich wichtig. Das ist kein Spaß. Durch diese richtige Zuweisung, je nachdem über welchen Bereich man das dann macht. Dadurch kann Amazon Ihnen außerdem Empfehlungen geben, welche Produkte die höchste Rentabilität der Werbeausgaben aufweisen. Das geht dann damit einher. Und das ist natürlich super, super wichtig bei den Vendoren sowieso. Die ja über tausende Artikel oft live haben, aber nur wenige noch aktuell live bespielen. Und dann haben die immer in dem Brand Halo von AMS hunderte und tausende Produkte wegen dieser 14-Tage-Attribution da mit drin. Die gar nicht Ihnen gehören, die irgendwelche Händler verkaufen. Das ist richtig ärgerlich. Und dann kann man das sauber verknüpfen. Und angeblich, scheinbar, kann Amazon die Rentabilität besser berechnen. Das ist für Vendoren natürlich ein riesen, riesen Mehrwert. Einfach wegen den EK-Werten Einkaufspreis an Amazon versus Verkaufspreis von Amazon minus Steuern. Da haben die Vendoren ja immer noch so diese Hinterwäldler-Daten. Das ist halt ungünstig, wenn man das immer nicht berücksichtigt. Ja, das soll es gewesen sein. Eine richtig lange Folge wieder, aber zum Ende des Jahres hin trotzdem immer noch wichtige Sachen dabei. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Tag.